Einladung, Einladung, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League mit dabei sind alle von uns und wir spielen gegeneinander das erste Mal und wir fick jetzt alle, genau, ist egal wer mit wem spielt, ha ha, ich ficke, wir spielen alle gegeneinander oder was, boah hier gibt es nur die Hälfte von den Punkten oder was, ja, boah ist egal, alles klar, holy shit hab ich mich gefickt, Janik, du musst erst mal gerade auf die Steuerung klarkommen, Alter, du brauchst mich auf meinen Controller klar, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Alter, wo kommt der denn, Alter, läuft, ne, nice, oh Alter, hab ich gerade rückwärts gefahren, oh ne, du Hurensohn, dass du den so direkt kriegst, ne, ohne Witz, Alter, richtig lucky, ey, jetzt gibt's nur ne Tast, die nennt man A, Echt, wirklich? Auf Zusammenarbeit ziehen, ne, auch mal dünn geschaut haben, hau ran, War ich, nicht da, Oh, hey, hey, Unfähigkeit hoch 100, kommst du, ja, nicht, los, Ja, ich weiß, ach guck, du klärst auch, Sehr gut, nein, Los, Nico, Da war ich trotzdem dran, Alter Zum Glück, ja War du hin Ja Alles klar Ja, hau rein Gerade Getroffen, oder, der Sack? Ja, natürlich hab ich getroffen Ich wollte probieren, drüber zu lupfen Ah, ich hab's gemerkt Habt ihr nicht bekommen? Alles gut Aber bei mir auch klar Das spielen wir safe, 1-0 runter Das wird niemals passieren Oh, doch Oh, doch Nico Nein, 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 nein Nein, ich hab ihn Komm, ja, Nick, irgendein war's Ah, ich wollte ihn nicht aufhören Ich bin runter durchgefahren Fuck Hol die dir Nein, nein, nein Oh mein Gaaaaaah Ja, nee, Nick Er verkackt's, Gott sei Dank Nee, ich hab den hochgespielt Anders hätt ich ihn nicht bekommen können Ja, noch mal Ich hab keinen Boost Nein, ich bin runter durch Ah, ja, nee, geht er weg Nee LoL Ich kann das vorüberfahren, wenn er lecker Ich bin weggegangen, was ist da los, Nico? Oh, shit Naja, der war zu lang Ja, Nico, ich hab voll die hohe Ping Die hohe Ping Nein Säuer Internet Hier Auch selber, ich mach das mit Absicht, oder was, ne? Dass ich euch den hohen Ping gehunst Ja Ja Ping-Manipulator Was von der Wack, du Hurensohn? Hahahaha Er rastet komplett aus Ja, das wär so geil Hol den dir, hol den dir Nein Machst du? Oh Machst du? Ich wurde weggekickt Ja, nein, ich hab keinen Boost Nein, ich hatte nichts Oh Gott, das war so knapp Ja 1-1 Locker easy runterspielen Nix da Naja, und Joke, Spaß Hauptsache, ihr könnt alle drei nicht auf A drücken Was ist los mit euch? Wir wollten euch, wir wollten ihr nochmal das Tor zeigen Zeigen Ja, es ist wunderbar, dass ihr das Tor zeigen wolltet Oh, was? Spaß Ich war noch dran, Alter Ich war schon mal kurz ein Boost Ja, natürlich war ich dran, du kannst Janik, Janik, du musst Abwehr machen Ich hab null Boost Nein, nein, nein Das war richtig Oh, das war richtig Das war richtig dreckig Das war richtig dreckig Ah, ah, ah Du musst dir das machen, Alter Scheiße Ich nicht Warum drückt ihr denn nichts, Mann? Geil, euer Herz Warte doch mal ruhig Das ist ja wie bei FIFA Mann, das haben wir schon gegen Tor Niko, komm, wir machen das So ist der Plan gewesen Los, jetzt Also, du bist nicht vorne, oder? Oh, das ist eben Janik Janik So, komm, René, wir ziehen sie ab Janik Alles gut Oh, geht doch weg Niko, ich hab keinen Boost Du musst irgendwas machen jetzt Oh, geht doch weg Niko, ich hab keinen Boost Du musst irgendwas machen jetzt Oh, mach dich Easy Bitte, Niko, Niko Oh mein Gott Ich bin so ein schlechtespielser Schleicht Ja, Janik Ja, Stoppisk Junge Ja Nein Das war zu früh Das war zu früh Janik, du musst die Abwehr Janik, du musst die Abwehr Bitte Bitte Ja, schön, René Ja, was Was Oh mein Gott, was Ja Ja Das gibt es da nicht Janik, wir sind zu hinterher Ja ne ich mach den rein! Ich krieg den nicht mehr! Ne! Ne du Glacker! Nein! Ich bin so schlecht! Ja! Na gut, dass es den jetzt nicht gerade kam... Nico komm schon! Bitte! Ja! 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 Oh was? Ja! Vorlage, Alter! Boah, war das Glück! Das war so glücklich! Ich hab gedacht, René kriegt den los! Schade! Da war ich zu langsam, da hab ich erst bemerkt, dass Steven den so scheiße spielt! Ich fahre, Janik! Bleib du! Bleib hinten im Boost! Jetzt! René! Äh, Janik! Ich hab ihn nur bekommen! Ah, der traut sich nicht zu schießen! Ey, die Position ist doch viel zu kacke! Ich hab keinen Boost! Verdammte kacke! Nein! 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 Wenn der jetzt... Nein, der geht nicht rein! Fuck off, Alter! Ohne Witz! Nein! Oh, was war so... Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich! Mach ich ja! Janik! Das! Was? Ah, Alter! Jetzt bin ich ja in die falsche Richtung! NICO! Alles gut! Was? Oh, man! Schade! Oh mein Gott! Janik, du hast den einzigen, der der Boost hier hat! Jetzt mach was! Gut! Habt gereicht! Alter, mein Herz... Ne, das Kopf... Meins auch! Ja, das sind die Lichter! Ja, klar! Ja! Geht's genauso! Haha! Es ist aufregender, als wie gegen andere zu spielen! Nein! Hab ihn! Das war so schön! Ah mein Gott! Janik! Nein! Das kann doch nicht dein jetzt sein! Geil gemacht, Janik! Janik! Jawoll! Jawoll! Ja, Mann! Ja! 3-5! 3-5, Junge! Vongchi! Und unten! Ja! Tjo, Leute! Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde! Ganz easy! Ich fahre! Ich fahre! Du Boost! Du Boost! Ich fahre! Du Boost! Lang, Alter! Ja, hallo! Dann kommen wir erstmal zurück! Ja! Das wäre ja ganz gut, wenn eine Ansage gemacht werden würde! Oh mein Gott! NICO! Das war schön drüber gespielt! Zkę! Oh mein Gott! Bin ich shiese! wall 7! Schön! So ein Luckshot! Ohne Witz! Wie der Luckshot! Es war im Fall! Es war so knapp am Pfosten! Guck dir nach mal den Schuss an! Es war so knapp am Pfosten! Ja, das war geplant! Wann du da nicht dran kommst, Nico! ah ja oh man das war so schlecht nico nico ist gut da dran wo er mich sammeln buchstein bei mir kommt das mal drei sekunden später ja so ah was jannik schön gut gemacht jannik boah jannik komm mach ihn selbst dann lock ich ihn erstmal weg nein ich krieg den ich ich springt anders so hoch dahinten ich gute und mir geht es direkt rein mit ankündigung ob das an ich spreche hat mein das ist ja schön schade ja meine verteidigung ich war nach hinten ich war lieber nach hinten aber nicht den boost holen jannik das kann nicht sein ach gut dachte schon nico nico bitte ja da war er auch dran sehr gut aua wer war denn das alter er hat sich gegenseitig weg alter was denn los ist ja schön was hörst du doch gegen mich ich wollte gerade zu hoch springen ne alter nee was soll das was man schön ne spielt immer über die scheiß banden ja 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 komm komm ja steven los ja oh man er ist ein scheiß das war meine das war meine das war meine scheiße egal das ist noch drei minuten wollte ich gerade sagen das schaffen wir ganz easy du fährst ne ja auch so viel ich habe noch nie für ein game geackert alter ja ne ja ne ewee mach den ja ne mist ich habe keinen boost nico schön renne ja 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 ich bin erstmal bei mich drüber fuck das ist schlecht gut reicht sauber nein ich krieg den nicht den musst du machen ja habe ich jetzt du jetzt musst du irgendwie hinterher boosten nice nice ja den kriege ich nicht bleib was soll denn nicht schlimm nicht schlimm das ist für dich nico ja wie kommt der denn oh lol da kam ich irgendwie dran und jetzt das ist ich wollte eigentlich nicht gewinnen nein ah schluck das renne uah schluck damit los steven ne reiß doch oh gott steven ja was soll ich denn machen wenn der ball schneller ist ja ja nico nein das war so klar das war so klar das war so ich glaube du bist hier an das war die perfekte vorlage das war dann easy ich hatte halt keine nico bitte ja nico das müssen wir noch machen jetzt mal konzentration hier ja ich mach schon konzentration ja du musst den ball haben ja 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 konzentration junge geh geh hahaha ja ja du warst doch vorne alter ich schwör ich warst vorne wenn ich hinter dir stehe ich geh ins team ich hole den ich hole den konzentration besser hättet ihr es nicht machen können alter oh mein gott nico bitte ich habe stay down das ging nicht das war richtig nice rené richtig da vorne hauen gt nein schade oh war das jetzt lucky alter ich schau gegen simon nicht lucky das war das neue land oh mein gott ich komm noch nicht dran ja ah schade kann der ball so lucky lily bleiben ja ist so ganz safe ganz safe runter gespielt du musst den ball bleiben einfach da liegen ja voll hässlich oh god ok ich hole den ball ich bleib du holst den ball ja ja nice oh ich bin gegen rené gekommen ja eine minute für nur zwei tore ne schön 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 nico 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 musst du ihm auch immer versauen n 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 nico 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 Das ist so. Da stellt sich dann doch heraus. Ich denke nochmal nach, welche Situation. Jetzt fahren alle wieder hin. Jetzt geht's wieder in der Maske. Der Ball ist auch noch zu uns. Dann ist es Lack. Doch aus ihnen. Holla! Nico, mach noch das Tor. Lass die Ball einfach aufkommen. Scheiße. Dann machst du nichts. Ein Win gegen ein Win. Das heißt beide gleich gut. Wir haben höher gewonnen, die Noobs. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.